Immer wenn es im Hancock Hospitality-Zelt auf der Bühne besonders voll wird, ist die Siegerehrung des Pitstop Awards angesagt. DTM-Jungstar Pascal Wehrlein ist auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen zwischen seinen Mercedes-Team-Mechanikern. Und so ist dieser Preis auch gedacht. Nur die perfekte Zusammenarbeit aller Beteiligten bringt den Erfolg. Die drei Kästen Bier, die nach einem harten DTM-Wochenende besonders gut schmecken, sind nur ein Teil des Preises. Der andere ist das Prestige. Der Hancock Pitstop Award zählt etwas unter den DTM-Mannschaften. Pascal Wehrlein ist stolz auf seine Truppe und gibt den Hancock-Gästen auch gerne noch viele Autogramme. Der 20-Jährige ist ein gern gesehener Gast mit Zukunft. Schnell, sympathisch, schlagfertig. Was wünschst du dir für morgen? Regen oder trocken? Ein Podium.